Ich würde sagen, neues Spiel. Es ist so großartig, um Ihren Museum zu halten. Es gibt etwas großartig auf dieser Isle, wirklich großartig. So viele Freunde. Und sogar mein eigenes Junge sind da draußen. Wenn jemand das Ding herunternehmen kann, ist es du. Es wird die größte Attraktion, die deine Stadt gesehen hat. Und du kannst einen alten Freund helfen. Ja, ich bin auf den Docks im Sunset. Ich hoffe, du bist bereit für ein bisschen Monster Hunt. Ja, fängt der schon mal gut an. Immortierte Lokomotive. Da hat jemand zu viele Kindersendungen gesehen. In Kombination mit Horrorspielen. Das Spiel speichert automatisch. Alles klar. Ja. Also Leben sind größer, aber ganz nicht vorhanden. Was? Wie? L? S? Oder L? A? Oder L? D? oder L? Achso, ja, wegen Joystick. Gegenstände, mit denen du integrieren kannst, leuchten, wenn du deine Maus rein bewegst. Drücke jetzt mal... Achso, linke Maustaste. Okay. Also rein von der Grafik her... Sieht sich ja schon schön aus. Äh... Tipp überspringen oder... Was? Kriegst du den Tipp wieder hier weg? Hallo? Geht der Tipp auch irgendwann mal wieder weg? Er sagt, muss ich mir jetzt echt mit dem Controller spielen? Muss er jetzt mit dir reden? Okay, und weiter? Ach, ich muss klicken. Okay. Äh, das ist... So... Was zum... Okay. Ach, mit Tab. Okay, alles klar. Ja, dann rauf er eben mal hinterher. Ich glaub, der hat's eilig. Was sagt denn so die Regie? Ist der Ton vom Spiel soweit okay im Verhältnis zu mir? Ich glaub, das ist dieser Shad. Ah, da gehen noch die Schieden raus. Eins, zwöl, drei. Interessante Weiche. Ich glaub, da sollte man vielleicht mal ein bisschen aufräumen. Ah, schockt, es ist lockt. Not to worry, we can still find a way in. Ja, alles klar. Okay. Okay. Guck. Okay. Interessant, wie die Karte funktioniert. Und die ist echt riesig, ne? Holy shit. Ich glaub, das werden wir heute nicht alles anschauen können. Aber dann gehen wir mal zu dieser komischen Hütte da vorne rauf. Ich glaub, die Hütte da vorne hätte ich auch noch ohne Karte gefunden. So, dalle. Schauen wir mal. Auf den Ersatzteile. Ein XXL-Schlüssel. Alles klar. Um den Gesamtgegenheit anzuzeigen, drücke ich I. Ja, Schlüssel. Alles klar. Sonst irgendwas Interessantes hier? Nö. Okay. Wieder retour. Ist egal welche. Okay, die geht noch nicht auf. Geht gar keine von denen auf. Oder meinst du die Tür da? Ah, die Tür. Okay. Hey, den Sound hab ich schon mal irgendwo gehört. Wo hab ich das... Hm. Aber hey, das ist unser Biest. Am flog vom Typ irgendwas. Ohne Gestänge. Schade. Hahaha. Und... Unser Abwehr-Ding. Alles klar. Alles klar. Ja, bevor ich mit ihm rede, will ich erstmal schauen, ob ich hier... Irgendwas mitnehmen kann. Sieht aber nicht so aus. Wir können aber hier noch nach oben gehen. Nö. Nö. Ganz viel nix. Naja, gut. Dann quatschen wir mal mit ihm. Hey, 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 hey. That's what I'm talking about. She's an oldie but a goodie. I'm going to inspect the trains exterior. Why don't you take a peek inside? See what we got to work with. Moment mal. Womit ist da Blut? Ist der Unfall hier drin passiert? Dass das Motto hier reingekommen ist? Naja, wer weiß. Das ist aber kein normaler Dampflock. Ähm... Irgendwie... Batterie, Diesel betrieben? Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Eine Waffe und ein Schild gegen deine Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn da etwas schief läuft. Die gehen mit Gegenständen in der Kabine, um mehr über deine Verwendung zu erfahren. Das ist vermutlich der Richtungswender, oder? Ich kann doch gar nichts machen. Äh? Womit ist das rot? Ähm... Was ist das? Upgrades. Ach stimmt, man kann das Teil hier her upgraden. Gesundheit, Tempo, Schaden, Panzerung. Und das wird mit Schrott bezahlt. Okay, komm ich hier wieder raus. Low. Okay, mit Escape. Und die Waffe hier hinten. Boah, shit. Kann ich da irgendwie... Fein zielen? Ne. Okay. Ich glaube, so groß wie die andere Lok ist, kann ich hier eh einfach nur drauf losziehen. Okay, mit Escape komme ich wieder raus. Moin! Hier kann ich aber immer noch nichts machen. Ja schon. Ja schon. Ja schon. Ja, wenn du mir sagst, wie du das Teil fährst. Was? Mit dem mittleren Hebel fährt der Zug vorwärts. Mit dem linken Hebel fährt der Zug rückwärts. Hä? Warum? Wenn der Zug mich an der Fahrt verlässt, hält der automatisch an. Ich hätte da einen Kombihebel draus gemacht und die eigentliche für Bremse. Oh, ist egal. Ach so. Okay. Ja, dann fahren wir mal. Oh, scheiße. Holy shit. Und los geht's. Oh, fuck. Darf ich mal lieber hinzulassen? Shit. Komm, schießt. Schießt. Was zum... Ja, okay. Ich hab gemusst, dass das passiert, aber trotzdem. Das sah jetzt echt geil aus, so meine Person. Oh. dope... Finde die Eier. Die Zugeier, ne. Und Zug lecken natürlich Eier. Das ist jedem klar. Also neue Lokomotiven werden ausgeblütet. Ja, okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Oder soll ich einfach da zu den Personen einfach mal hinfahren? Und mir kommt der NSC. Optionale Mission. Optional. Erforderliche Mission. Waffenmission. Und hallo Gaming Bean 12D. Und ist der Tonsarbeit okay? Bitte schreibt es nochmal in den Live-Chat. Also wir werden jetzt erstmal hier weiterfahren. Ich denke, wir sollten hier nicht stehen bleiben. So. Fahrt bitte. Dankeschön. Oh, ich kann pfeifen. Nice. Warte, ich höre eine Karte schauen, während ich fahre. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal zu einem blauen Typen da runter. Oder wir werden erstmal hier stehen. Also die Schienen. Was ist das Rote da vorn? Ist das die Weiche? Schiller weiß noch, bevor ich die Weichen hin. Okay. Äh, anhalten. Ich möchte hier nach rechts. Und wie genau... Ach, da. Okay. Alles klar. Da tut sich ja gar nichts. So. Wo wäre es? Greift mich der nur an, wenn ich fahre? Oder auch, wenn ich hier einfach mal rumrenne? Da vorne ist was Weißes. Wo ist das schon, das MPC? Ja, jetzt gleich mal da. Irgendwo in dieser Kurve da. So. Anhalten, bitte. Okay. Ja, das müsste hier sein. Ja, ist es auch. Danke schön. Ich möchte hier raus. Okay. Jumpen geht. Da ist zu. So. Soll ich die andere Tür? Ah, wir können da noch rumgehen. Was uns gar nichts bringt. Okay. Okay. Okay, kein Plan, wenn ich da reinkomme. Aber dann würde ich sagen, kommen wir einfach weiter zum nächsten hier nach der Kurve. Da gibt es noch gut, die bleiben sind hier. Da. Abfahrt. Haben wir eigentlich schon Schaden genommen? Oh, fuck. Wir haben schon Schaden genommen. Habe ich ja gut gemacht. Hier ist auch irgendwas. Ähm. Hier anhalten. Sind wir schon da? Ja, wir sind schon da. Und der andere ist gleich da vorne. Ja, perfekt. Cool. Ah. Alte ausrannschierte Güterwagen. Schrott. Nice. Wir können reparieren. Also, wir sollten uns auch die Umgebung mal ansehen, um Schrott zu finden. Oh. Unser armer Vorgänger. Schade. Hm. Kleines Lagerfeuer. Das nicht ausgeht beim Regen, aber immerhin Schrott. Ach, mehr Schrott. Okay, danach müssen wir unbedingt die Lokomotive mal ein bisschen reparieren. Moin. Warum? Nein, ich frage gar nicht. Steh mal deinen Schrott mit. Ich brauche dir für später. Servus. Servus. Du hast ja den Knöchel gebrochen. Ja, du auf einer Giste eingehen können wir das. Ja, okay. Alles klar. Also, mein Haus ist schon mal nicht. Okay. Wo ist diese Truhe? Ah. Was ist denn Lokomotive da hinten? Da war keine Truhe gesehen. Ach, okay. Die Truhe. Okay. Oh, nee. Quicktime. Ich hasse es. Ich hasse Quicktime-Events. Alter, auch nur drei Stufen. Wollen Sie mich verarschen? Okay, wir sehen uns dann morgen wieder. Mann. Ich bin so schlecht in sowas. Ich glaube, mein höchstes Hoher-Spiel wäre ein Spiel nur mit Quicktime-Events. Mann. Willstens bei Versuch 100... Kann ich einfach... Ah, ich kann einfach weitergehen. Okay. Mann. Ich habe das Spiel jetzt schon gern. Komm, einer noch. Oh, Gott sei Dank. Hä? Was war das jetzt? Du alte Tafel. Einmal die Tafel scheinbar seid zum Kritzelein. Okay. Gott sei Dank ist es vorbei. Erster Horror-Moment hier. Ja, dankeschön. Dann gehen wir mal weiter zu dem Blauen hier. Schauen wir mal, ob der zu sagen hat. Davor werden wir den Lockhauber reparieren. 31? Ja, dann würde ich sagen... Upgraden hier. Cool. Passt. Weiterfahren. 400 Meter. Noch mehr Schrott. Ah, tun wir uns erst mal umschauen. Boah, der ist ja haupt und weiß. Nice. Da hinten geht ein Weg weg. Moin. Ja, würde ich auch machen. Ja, würde ich auch machen. Okay. 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 Und wieso? Krieg ich auch selber eine Waffe? Oh, ich kann hier nicht rein. Oh. Okay. Achso, wir müssen da oben hin. Da hätt's auch noch was hier oben. Und Waffenmission. Ey, was macht der Chat? Sollen wir zuerst in die Mine reingehen? Sollen wir zu dem Typen da oben hingehen? Oder bei dieser Waffenmission vorbeischauen? Meine Waffenmission wäre am nächsten. Chat entscheidet. Ich wäre offen für alles drei. Das ist eigentlich die nächste Primärart ist da oben. Und da sind noch mal zwei. Alles klar. Da wäre jetzt ja gerade hier so ein Weg hier nach oben. Zu diesem See, glaube ich, soll es sein. Also, Chat, was meint ihr? Den, den oder Hauptmission? Ansonsten entscheide ich. Chat entscheidet nicht. Okay, dann entscheide ich. Dann machen wir mal. Hauptmission. Okay, dann nehme ich die Hauptmission. Dann fahren wir hier nach vorne. So, vorwärts. Ja, ein paar oder Meter doch. Dann sind wir da. Ah, da ist auch ein Gebäude auf der rechten Seite. Ich glaube, das ist das hier. Nice. Noch mehr Schott. Okay, Unterkünfte. Was ist das? Der Abbau verläuft reibungslos und wir haben bereits Anzeichen einer soliden Ader entdeckt. Die Werkzeuge sind noch in gutem Zustand und wir haben den Bau unserer Unterkunft abgeschlossen. Und zwar sind wir noch nicht lange hier, doch wir haben uns bereits eingewöhnt und unsere Arbeitsrhythmus gefunden. Okay. Axt kann ich nicht mitnehmen. Ah, da ging es raus. Sonst noch irgendwie Schrott hier um das Haus rum? Nö. Äh, da oben rein. Ich glaube, einfach hier so lang, oder? Ah, da hat es auch Schienen. Ah, und mehr Schrott. Was, in eine verlassene Mini mal reingehen, das wäre auch mal was. Schon mal auf YouTube immer wieder mal so Explorer, die das tun. Da war ich sofort mal dabei, wenn sich da die Gelegenheit ergeben würde. Moin. Also rein von der Logik, ne? Wenn hier jetzt abgeschlossen ist, dann müsste eigentlich keiner drin sein, oder? Kann ich schleichen oder so? Nee, der. Noch ein Zettel. Während wir an dem weitesten entfernten Tunnel arbeiten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle. Etwas ist ja seltsam, doch wir wissen nicht was. Wir bitten, Herrn Waden, sobald wie möglich, die südliche Mini-Gelände zu besuchen, um uns unsere weitere Anweisungen zu erteilen. Okay. Was lehnt dich, nach links oder rechts, um Feinde auszuspinnen und nicht entdeckt zu werden? Um nach links und rechts zu nehmen? Q oder E? Okay. Ähm. Ich gebe noch links. Oh no. Es ist eine Kiste. Bin ich diesmal besser? Nö. Natürlich nicht. Mann. Oh, komm. Yes. Mann. Tasses. Mann. Vielleicht soll ich die Kiste einfach auslassen. Ah, ist einer noch. Komm, bitte. Ja, geil. Hä? Fahr bei mir? Ach, ich kann... Können die V-Frau mal mit zu gehen? Okay. Hat sich ja gelohnt. Also wenn es hier schon Farben gibt, dann hätte ich gerne Rot. Mehr Schott. Alles klar. Sehr einladend. Ich höre jemanden. Wow. Oh, fuck, 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 fuck. Ich bin schon weg. Tschüss. Tschüss. Wow, fuck. Er schießt auf mich. Laufst du mir da nach? Wack, der läuft mir nach. Okay, schnell raus. Schrott. Fuck, der läuft mir auch hier noch nach. Was zum... Warte mal, ich kann ihn doch mit dem abschießen, oder? Wo ist er? Wow. Das hat funktioniert. Sorry, Typ. Kann ich da eine Waffe nehmen? Schade. Ich hätte auch gerne eine Waffe. Ja, dann bitte rein. Dann haben wir jetzt... Oh, da liegt noch mehr Schrott da oben. Gott sei Dank gibt es keine Ausdauer in diesem Spiel. Ah, da haben wir ein Nummer eins. Das war's. Kein Effekt, kein gar nichts. Okay, dann haben wir schon mal einen dritten vom Spiel geschafft. Nehmen wir auch mit. Oh, das war wirklich nur der eine. Na gut. Na dann, raus hier. Ob hier unten noch was ist? Oder sterbe ich da, wenn ich da reingehe? Ah, ich probiere es lieber nicht aus. Okay, müssen wir jetzt zu der Tantil wieder retour gehen? Nö, das war's. Okay, wenn wir jetzt hier weiterfahren, dann haben wir hier noch eine optionale. Da eine optionale. Die nächste Hauptmission wäre dann da. Sollen wir... Sollen wir... Sollen wir nicht... Ich glaube, wir fahren mal hier hin. Das war die Waffenmission und die erforderliche Mission. Ich möchte, dass wir einfach nur geradeaus fahren. Währenddessen... Ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin. Noch mehr Schrott. Okay, Tempo-Schaden-Panzerung. 17 Schrott. Tempo... Gehen wir mal hier ein bisschen rauf. Mehr können wir eh nicht machen. So, Abfahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.